Herr Barbeck hat die nächste Frage. Außenministerin Baerbock hat am 20. November gegenüber dem bundesdeutschen Auslandsender Deutsche Welle nochmal ein Interview gegeben und dort sich nochmal sehr explizit gegen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen. Argumentiert hat sie, wenn ich ganz kurz zitieren darf, Waffenstillstand hieße ja, dass Israel mit den Hamas verhandeln müsse, dass man sich nicht mehr gegenseitig beschießt und das würde bedeuten, dass sich Israel unter den ongoing Raketenterror nicht verteidigen könnte. Herr Wagner, können Sie mal erklären, was uns die Außenministerin damit vermitteln will und wenn sie wirklich so explizit und grundsätzlich gegen einen Waffenstillstand im Gazastreifen ist, eingedenk der fünfstelligen Zahlen an zivilen Toten, was ist denn das Alternativszenario zu einem Waffenstillstand aus Sicht des Auswärtigen Amtes? Also Herr Barbeck, das war ja schon öfter hier Thema, dass wir den Forderungen, die es ja von verschiedener Seite gab, auf einen dauerhaften Waffenstillstand die Frage entgegenstellen müssen, was dann Israel gegen den andauernden Raketenbeschuss, den die Hamas ja weiterhin aus Gaza vollzieht, tun soll. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen den Angriff der Hamas zu wehren. Insofern war unsere Haltung da immer sehr klar und das hat die Außenministerin ja an verschiedenen Punkten immer wieder klargemacht, auch der Kanzler hat sich entsprechend eingelassen, dass wir humanitäre Pausen gefordert haben, die es ermöglichen, humanitäre Hilfe zu den Menschen, die dringend notwendig ist, zu den Menschen in Gaza zu bringen, aber der Forderung eines dauerhaften Waffenstillstands zu einem Zeitpunkt, wo Israel weiterhin aus Gaza angegriffen wird, nicht folgen. Jetzt haben Sie ja verfolgt, dass es gestern offensichtlich eine Vereinbarung angekündigt worden ist, die ja jetzt eine humanitäre Pause vorsieht. Das begrüßen wir sehr, das hat der Kanzler auf X gemacht, das hat die Außenministerin auf X gemacht. Insofern verweise ich Sie da auf diese Äußerung. Ich habe noch eine Verständnungsfrage, da sprechen wir jetzt von einer Waffenpause, die ja sehr völkerrechtlich eigentlich auch nicht wirklich gebunden ist, aber ein Waffenstillstand hat ja weit mehr Implikationen, ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung für ein Frieden zwischen zwei Konfliktparteien. Jetzt nochmal Hamas als nicht staatlicher Akteur schwierig, aber die Frage, die Sie mir immer nicht beantwortet haben, was ist denn das Alternativszenario? Das heißt, wenn die Baerbock und die gesamte Bundesregierung sagen, wir sind gegen einen Waffenstillstand, dann müsste die Bundesregierung doch in der Lage sein zu sagen, wir wollen dafür, weiß nicht, Gaza bombardiert werden bis zur kompletten Zerstörung Hamas, aber es muss ja irgendwie ein Alternativziel formuliert werden. Einfach nur zu sagen, wir sind gegen einen Waffenstillstand. Ich glaube, die Nachfrage ist angekommen und vielleicht erlauben Sie mir einen Hinweis, da wir hier einen gepflegten Ton nutzen. Ich halte das für einen Versprecher, aber Formulierungen wie die Baerbock finde ich nicht auf dem Niveau der Bundespressekonferenz. Aber ich glaube, Ihre Frage ist angekommen und wird wahrscheinlich beantwortet. Also, Herr Warbeck, es ist ganz klar, was das Ziel sein muss. Der Terror der Hamas gegen Israel muss aufhören. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die nach wie vor Israel angreift, die das Existenzrecht Israels als Staat infrage stellt. Sie wissen, dass wir uns als Bundesregierung der Sicherheit des Staates Israels sehr verpflichtet fühlen. Und es ist doch vollkommen unstrittig, dass wir, und das ist ja letztlich auch Kern der diplomatischen Bemühungen, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Partnern in der Region, alle dem Ziel entgegenarbeiten, dass die Menschen in der Region im Nahen Osten in Frieden und Sicherheit zusammenleben können. Aber der, der das im Moment infrage stellt, ist die Hamas. Und der, der das im Moment infrage stellt, ist die Hamas.